Grüezi miteinander. Heute stelle ich euch eine ganz spezielle Aufgabe. Geht in die Natur und hört. Nehmt die Natur und nicht mit. Das bleibt zuhause. Das braucht ihr nicht. Geht hin, in den Wald, in den Backkannen, an den Sehen runter. Nehmt, die ihr alleine sind und guckt dort. Die ihr über euch seht. Und dann sitzt ihr hin und nehmt euch mal eine Viertelstunde Zeit. Sagt einfach dort. Machen die Augen zu. Und hört. Wie tönt das Wasser? Wie tönt der Wind? Gehört man dir? Ich weiss nicht, ob man es auf den Aufnahme gehört. Ich gehöre gar den Gucku. Oder ein Tauben ist. Entschuldigung. Und dann fragt ihr euch, was macht das mit mir, was ich gehöre. Hört euch am Atem zu. Hört euch selber zu, wie beim Herzschlag. Hört solange, bis die ganz feinen, leisligen Geräusche vom Wald blüter werden als eure Gedanken. Und wenn ihr nach Hause kommt, schreibt das alles bitte auf. Und zwar. Wo bin ich gewesen? Wie lange bin ich gewesen? Was habe ich gehört? Was hat es mit mir gemacht? Wie habe ich mich gefühlt, bevor ich ging? Wie habe ich mich gefühlt, wo ich nach Hause gekommen bin? Und das haltet ihr bitte fest. In ein paar Zielen. Und ganz in Ordner, eingereichte Arbeiten. Klug müsst ihr an. Bis nächste Woche.